Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sven wieder auf meinem Kanal und heute mache ich einen neuen Summer. Eine Sekunde hier, Summer Escape Dose, Lächelung, Aufträge, Tag Nummer 4 und zwar Durchsuche Truhen. Sieben Truhen müssen wir durchsuchen, 3 Stunden, 6 Stunden, dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den Auftrag. Ihr könnt das überall auf der Karte machen und ich empfehle euch den Grund-Time-Modus zu spielen. Ja Leute, ich bin jetzt auf der Karte ganz genau hier bei Slappy Shoes. Ihr könnt auf jeden Fall, egal wo landen, ich hätte vielleicht bei einem Ort zu landen, der einen Namen hat. So, Truhen sind einfach hier, man kann sehen, es ist unter mir und zwar, das hier ist eine Truhe. Jetzt öffnen wir mal durchsuchen und somit haben wir 1 von 7, ihr müsst einfach mehrere öffnen. Es gibt auch 6 mit Truhen, die könnt ihr auch öffnen, das zählt auch. Hier ist nochmal eine Truhe, öffnen wir, somit haben wir 2 von 7. Ich lasse so lange, bis ihr 7 von 7 habt. So Leute, ich habe hier 6 von 7, das ist die letzte Truhe, die ich öffne und zack, ihr seht, wir haben den Auftrag so mit abgeschlossen, Leute. Und ja Leute, das war's schon mit dem Video, ich hoffe, das Video hat euch gehofft und gefallen. Lasst ein Like, da oben nicht, geht an meinen Kanal, lasst ein Glocke, falls ihr keine Videos mehr verpasst. Da würde ich auch sagen, was ich mit dem Video und schau, hört rein bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.